Die Erinnerung von Jesus Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte mit euch weiterlesen. Im 21. Kapitel, die Verse 23 bis 27. Als Jesus in den Tempel kam und lehrte, traten die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und fragten, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Ich will euch auch eine Sache fragen. Wenn ihr mir die sagt, will ich euch auch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen? Da bedachten sie es bei sich selbst und sprachen, Sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er zu uns sagen, Warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie war von Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten Johannes für einen Propheten. Sie antworteten Jesus und sprachen, Wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen, So sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Der Zusammenhang der ganzen Geschichte liegt darin, dass die Pharisäer und die Hohenpriester Jesus im Endeffekt mit dieser Frage kriegen wollen. Denn antwortet er das, was sie erwarten und was er auch als Anspruch hat, dass er nämlich von Gott her das Recht bekommen hat, das zu sagen, was er sagt und das zu tun, was er tut, dass er im Endeffekt Gottes Sohn ist, dann könnten sie ihn daraufhin verklagen und sagen, Du machst dich selbst zu Gottes Sohn. Das war ja die Anklage, die am Ende auch ihn ans Kreuz gebracht hat. Und so hatte Jesus kaum eine Möglichkeit, vernünftig zu antworten. Denn wenn er sagt, ich mache es, weil ich es für richtig halte, dann hätten sie ihn auf der anderen Seite der Überheblichkeit überführt. Was sollte Jesus machen? Und er stellt eine Gegenfrage und zeigt damit, dass er denen, die ihm eine Falle stellen wollen, weit überlegen ist. Und das ist das Erste, was wir hier sehen können. Denn all das, was weiterhin passiert, passiert nicht, weil Jesus keine Antworten mehr hat, weil er nicht mehr weiß, was er sagen soll, weil er nicht mehr weiß, was er tun soll, sondern Jesus geht nicht nur nach Jerusalem, sondern er bleibt in Jerusalem und geht ganz bewusst ans Kreuz. Das zeigt hier auch wieder diese Situation. Er ist der Herr über die Situation. Er weiß ganz genau, was passiert. Und er antwortet auf eine Art und Weise, die im Endeffekt den Pharisäern den Mund schließt. Aber hier steckt eine tiefere Frage drin. Welche Vollmacht, aus welcher Vollmacht tust du das und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Das ist auch die Frage, mit welchem Recht tust du das? Mit welchem Recht, Jesus, stellst du einen Anspruch auf mein Leben? Mit welchem Recht fragst du mich und forderst Rechtfertigung von mir für mein Leben? Das ist ja am tiefsten die Frage, die dahinter steht. Und auch dann an dem Punkt die Frage, die für uns interessant wird. Jesus, mit welchem Recht greifst du in mein Leben ein? Mit welchem Recht fragst du danach, wie ich lebe und was ich tue? Und die Antwort ist ganz einfach. Mit dem Recht des Schöpfers und mit dem Recht des Retters. Mit dem Recht des Schöpfers, das heißt mit dem Recht dessen, der mir mein Leben gegeben hat. Von dem her ich dieses Leben habe. Das glauben wir als Christen, dass wir keine medizinischen Zufallsprodukte sind. Oder wie ich letztens in einem Facebook-Post gelesen habe, evolutionäre Zellhaufen. Sondern, dass wir wirklich bewusste Geschöpfe Gottes sind, gemacht von einem Gott, der uns haben wollte. Und mit dem Recht des Retters, wo Gott diese Geschöpfe, die gescheitert sind in der Berufung, die sie von ihm bekommen haben, als seine Geschöpfe auf dieser Erde zu leben. Mit dem Recht des Retters, der diese Geschöpfe dann wieder nach Hause bringen will. Mit welchem Recht fragt Jesus nach unserem Leben? Mit dem Recht dessen, der uns das Leben gegeben hat. Und mit dem Recht dessen, der uns das Leben rettet, damit wir nicht an unserem Scheitern zugrunde gehen. Da müssen wir uns zu stellen. Da kommen wir nicht drum herum. Die Antwort der Pharisäer ist keine Möglichkeit für uns, zu sagen, das wissen wir nicht. Wir können nur sagen, ja, Herr, du hast das Recht auf mein Leben und ich gebe dir dieses Leben ganz bewusst. Oder wir sagen, nein. Dazwischen gibt es nicht. Jede Antwort, die nicht ein klares Ja ist, ist ein Nein. Nein. Jesus ist keiner, der Halbherzigkeit und der Zwischentöne möglich macht. Bei ihm gibt es nur das Ja und das Nein. Was ist deine Antwort? Jesus, danke, dass du diese Frage auch uns stellst, dass wir uns entscheiden können und entscheiden dürfen, ganz bewusst auch für dich und für dein Leben, das du gibst. Herr, wir beten darum, dass wir rauskommen aus dieser Halbherzigkeit der Pharisäer, dass wir rauskommen aus dem, uns herauslavieren wollen aus der Verantwortung. Wir stehen vor dir als deine Geschöpfe und als die, die du retten willst. Herr, schenk uns klare Antworten. In deinem Namen, Jesus. Amen.